Okay, irgendwie... Das ist gut, dass die Realitäten gerade irgendwie aufeinandertreffen. Ich würde das nehmen, das sieht sehr glücklich aus. Ja, wir können uns hier immer noch anziehen. Die Blume ansehen. Papiere. Beschissene Entwürfe, August bis Oktober. Wir schliefen die Sterne, wir schmolzen Frauen aus Wachs. Icarus muss nicht erwähnt werden. Es geht weniger darum, wie nah du der Sonne kommst, sondern um die Hitze, die dich verzehrt. Entschuldigung. Ich träume von verstümmelten Büchern wie Frankenstein wie eine Sings Kopf einer Frau auf den Körper einer Bestie. Auf der ersten Seite verlässt sie ihr Zuhause. Im nichtdruckbaren Epilog kehrt sie in die Erde zurück. Mark, guck dir das an, wenn du die Gelegenheit hast. Keine Eile. Ich probiere nur rum und versuche mir über meine Gefühle klar zu werden. Sag mal, was du davon hältst. Hab dich lieb. Krampus am Campus. Hier sind noch mehr Bilder zum Ansehen. Gemälder. Ja. 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 Oh, neuer Beitrag auf Crosstalk. Ey, hat jemand am Aussichtspunkt Kryptil gesehen? Ich habe so einiges gehört und mache mir Gedanken. Im Ernst ist das wieder dein Verschwörungsscheiß, Kai? Seifi hat vielen Leuten etwas bedeutet. Zeig etwas anstatt, Mann. Ich habe nichts von allen Kry... Oh, ich muss was drücken. Heute ist wieder der Wurm drin. Ich habe nichts von allen Kryptiten gehört, aber von seltsamen Vorkommnisse. Du könntest da etwas auf der Spur sein. Wir sollten unsere Notizen vergleichen. Das war aber das einzige, ne? Ich weiß nicht, beim Vorlesen verhasme ich mich ständig. Ich bin nicht so der Vorlesertyp. Wie es aussieht. Ich habe auch keine Erfolge verpasst, oder? Ja. Ja. Na gut, wir haben alles vorbeggenommen. Ich habe gesagt. Ich habe es gesagt. Ich habe es nicht Kontakt mit mir auf dem Telefon. Und nur nur Text, keine Telefonien. Hm. Das klingt interessant. Ich bin sicher, dass die Polizei das bereits wissen. Auch wenn... Ich verstehe das. Aber haben sie etwas gefunden? Interessante Telefon. Loretta. Jeez. Du hast mich nicht erwartet. Du hast mich erwartet. Du hast mich erwartet. Du hast mich erwartet. Du hast mich erwartet. Ich habe es nur über die Telefonie der Dr. Hunter. Es scheint, dass ich nicht der einzige. Ich habe es nur über die Leute verpasst. Du hast mich erwartet. Du hast mich erwartet. Du hast mich erwartet. Ich versuche, ich war besser mit diesem typen. Hast du. Es klingt wie eine Geschichte, die ich höre. Wauw. Es klingt wie eine Geschichte, die ich hörte. Du weißt du, du weißt du, ein Snoop zu einem anderen? Ich bin nicht, ich... Juste halten, lass mich wiederholfen. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir kurz ein Soundbite geben für mein Podcast? Ich denke, das ist gut. Was brauchst du? Nur für die Hintergrund. Du bist mit Safi, Lowell und Fayette. Oh. Um... Ja, ich kann sie sie. Ja, wir... Wir waren Freunde. Ist das wahr, dass sie die Schule benutzt für persönliche Worte, und dass ihre Mutter eine blinde Augen ist? Ich werde dir nicht helfen, dass sie dir so schrecklich sind. Wenn du das nicht interessiert, dann gehe ich dr. Hunter einfach. Ich bin sicher, dass wir viel zu sprechen haben. Wir riskieren. Das ist eine wichtige Entscheidung. Möchtest du diese Entscheidung behalten? Und um fortfahren? Ja. 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 Ich bin zurück. großen ansehen of course nothing can happen on campus without some kind of a Braxas commentary Moses seemed really torn up earlier poor Moses he seems so out of it I don't even think he got his hot chocolate I don't even know where to start tut mir leid dass ich nicht angerufen habe hey I'm sorry I didn't return your texts or call you I should have I get why you didn't really I'm sorry too probably should have given you some space listen the last few days have been hell but we're both here now and we're going to get through I just I keep replaying it in my head could we have done something gotten there sooner or called her when she didn't come back why didn't one of us go with her Max why did we let her walk off alone like that I don't know I've spent the last two days asking myself that over and over and over I don't think there's a good answer what if I can't do this Max you can't neither of us can neither of us can not alone but the next time you need me I'll be there I swear it I swear it I swear it Safi weighs heavily on us today in fact my best-selling novel speaks to this precise moment Safi disliked my book ironically but sales don't lie and being remembered for one's words is a kind of immortality grief is fleeting but words words are deathless they endure I want to honor Safi Llewellyn and pay tribute to her unique voice hence why we're holding class on the quad today Lucas Kamonero head of the lit department god what a pretentious creep Safi hated his guns I don't give a shit what Lucas does you shouldn't either it just bugs me sing them up there basking in everybody's sadness Safi never found the audience Safi never found the audience that so few of us enjoy it's up to us to keep her fire burning tell me that shutting him up won't make me feel better they won't but I wouldn't blame you for trying to get anyway I'll find you later I can't watch this oh Lucas gets under my skin I could try to shut him up or I could just stay out of it and go keep Moses company no 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 Flirten oder Platon, ich also würde noch mal flirten. Wie gut, dass meine Hände so geschickt sind. Lässt sich aber Nachrichten leicht behaupten. Ich kann es beweisen, weniger reden. Ich glaube nicht, dass ich dein Versuch, mich vor Dr. Hunter zu blabieren, vergesse. Sag einfach, was du meinst. Sag mir, was du wirklich denkst, Ritter. Nenne einen Ort, ich habe nichts zu verhandeln. Du vielleicht schon. Beruhige dich, du Verschwörungstheoretikerin. Geil, Lukas. Deine Klasse muss frisch sein. Und ich fühle eine verlassenen Hoffnung. Ein Krack der Licht in meinem Herzen. Eine wilde, stehrende Erythne. Geil, was ein Scheiß. Na komm, lass mir. Wir müssen Moses grösten. Mach mal, Moses jetzt gerade. Woher geht Moses? Woher geht Moses? Woher geht Moses? Windows? Es ist pie timeframe. Niosen hier gesehen hat. Gew grade Sie sich nur du und ich... ... nämlich von allen. Hat diese Bank eine besondere Bedeutung? Wie hast du sie kennengelernt? Wie haben Sie das? Ich habe nie gefragt. Es ist nicht viel von einer Geschichte. Ich kam zu Kaladon in der Mitte. Safi war für mich die große, blöde, grad-studenten Tour. Ich denke, sie sah es als eine Schöne. Doesn't Yasmin haben eine Venn für das? Genau. Aber dann sah sie diese Bracel, die ich in Kyoto habe. Eine kleine Cherry Blossom. Ich habe immer das Bracel. Hat diese Bank eine besondere Bedeutung? Ja? Ich werde Presente-Tense benutzen. Nur ein bisschen länger. Ich bin noch nicht bereit, Safi zu sein. Dafür bin ich auch noch nicht bereit. Ich bin mit dir, Moses. Gehe bitte und bleibe Presente-Tense so lange wie du willst. Ein bisschen länger. Okay. Ich denke, ich muss ein bisschen lange Zeit brauchen. Wahrscheinlich auch so. Ich muss nach dem Observatoren gehen. Du textierst, wenn du etwas brauchst? Ja. Ich versuche. Du auch. Ja? Ja. Nein. Nein. Nein, nein. Du willst in aggressiver mit dem Red Dead. Hörst du hart und nicht zu lassen. Lose mehr in der Taktik. Moses? Es ist nicht Rock, Paper, Scissor. any color deck, can be any other with the right colors. Yeah, anytime. He he. Later. What the hell was that? Where's- our other Moses. How do I bring him back? Drücke her B für einen Puls und finde den anderen Moses. Warte, bevor ich weiter mache, okay, kann weiter aus am Projekt. Lalalalalala, wir folgen, wir folgen, einen anderen Moses. Einen anderen Timelight. Ich habe irgendwas auf dem Handy. Jetzt stehe ich in der drinnen. Sieht ein bisschen creepy aus, hm? Ich habe schon fast zwei Stunden vor und da denke ich mir, hm, ich sitze jetzt in den Kapitel vier Stunden dran und andere schaffen das in zwei Stunden. Vielleicht schaue ich mich ein bisschen zu sehr auf. Sofie? Sofie? Das ist passiert, das ist real. Sofie? 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 I thought I was going to freeze to death. Oh, Kapitel 1, Ende. Okay, gut zu wissen. Was ist mit Chloe geschehen? Chloe lebt. Chloe ist dankbar, dass sie lebt, aber die Vergangenheit verfolgt sich beide. Amanda, ein Date. Wolltest du freundschaftlich mit Amanda rumhängen oder mit ihr ausgehen? Amanda freut sich darauf, mit ihr eine romantische Beziehung einzugehen. Loretta, hast du Loretta ein Interview gegeben oder es darauf ankommen lassen? Okay, da war meine Mehrheit. Loretta ist rachsüchtig, weil du es darauf ankommen lassen hast. Verlassene Orte. Max mag das Potenzial leere Orte. Max mag klare Orte, weil sie für nutzlos gehalten werden. Zum Beispiel nicht da, wenn man keine Fotos macht. Bowling-Maskottchen. Max hat eine Bowling-Maskottchen geklaut, aber auch in der Mehrheit. Okay. Beziehung zu Chloe. Max und Chloe waren ein Paar. 76% höchstwahrscheinlich zu unserer Entscheidung, dass wir sie gerettet haben. Allein wegen der Entscheidung mit... Ich weiß schon. Abmachspruch. Max hat Regis Abmachspruch benutzt und nicht gewonnen. Ah, man hätte Safis Abmachspruch nehmen sollen. Okay. Kunststreicher. Max hat alle Bilder in der Snapping-Türte und Grit. Waren wir auch in der Mehrheit. Taste deiner Wahl. Max hat sich für die Toiletten in der Tasse entschieden. Waren wir zumindest auf den zweiten. Reflexion auf den Dach. Max hat sich auf den Dach des Observatorium. Ein Moment der Reflexion gegönnt. Waren wir in der Mehrheit. No... Kronkorkenspiel. Max hat das Kronkorkenspiel gewonnen. 44%. Aha. Max hat das Kronkorkenspiel nicht gewonnen. Ah, schade. Max hat gewonnen. Dafür habe ich ihr Geheimnis gelassen. Fotoband. Max hat ihre Fotoband. Kelly bei Fotos in Zukunft. 21%. Okay, das haben die meisten nicht gemacht. Reflexion und Kaffee. Max hat sich in Kaffee ein Moment der Reflexion gegönnt. 51%. Moses heißer Kakao. Max hat Moses seinen Kaffee gebracht. 99%. Max hat Moses seinen heißen Kakao nicht gebracht. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Zafis Tod ist Ursache. Max hat jetzt mir gesagt, dass Zafi sich niemals selbst das Leben genommen hat. Da waren wir auch in der Mehrheit. Zafis Gedenkfoto. Max hat das Foto mit einer verspielten Zafi gewählt. 39%. Hast du auf Zafis Gedenkfeier etwas gesagt? Max hat das Gedenkfeier ein paar Worte gesagt. Max hat sich geweigert zur Gedenkfeier ein paar Worte zu sagen. Max hat sich nicht mit der Gedenkfeier befasst. Apexes Rätselbox. Max hat die Erstprüfung der Rätselbox gelöst. Das haben wir auch in der Mehrheit. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir heute mit dem ersten Kapitel durchgekommen. Und Dienstag machen wir direkt mit Kapitel 2 weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns Samstag um 12 Uhr wieder mit Mario Party Jamboree mit Ellie. Eventuell auch mit Felix, falls der wach sein sollte. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön und bis demnächst. Ja dann könnt ihr das wieder温 ja da cocaine schuldet. Machen wir das wiederh infraversicherung. Untertitelung des ZDF, 2020